exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren sist zr 133 23 entscheidung vom 11 24 rechtsprechung zur haftung des verkehr haftungsfragen im straßenverkehr ein neuer präzedenzfall in einer aktuellen entscheidung des bundesgerichtshofs bgh vom 11 juni 2024 azifis zz hd 23 wurde über die haftung von fahrzeugführern in fällen von unfällen entschieden bei denen besondere umstände vorliegen der fall legte die rechtlichen grundlagen für die verantwortlichkeit der beteiligten in verkehrsunfällen offen und beleuchtete die grenzen der haftung insbesondere bei mitverschulden der bgh stellte klar dass bei verkehrsunfällen in denen mehrere ursachen zu dem schaden geführt haben die frage des verschuldens differenziert betrachtet werden muss in dem zugrunde liegenden fall ging es um einen verkehrsunfall zwischen einem pkw und einem radfahrer bei dem der radfahrer nicht nur den erforderlichen abstand zu einem geparkten fahrzeug nicht einhielt sondern zudem auch eine rote ampel missachtete der pkw fahrer habe seinerseits jedoch ebenfalls gegen die verkehrsregeln verstoßen indem er bei grünem licht zu schnell in die kreuzung einfuhr die richter entschieden dass in fällen wie diesem der haftungsanteil der beteiligten sorgfältig geprüft werden muss sie betonten dass es nicht nur darauf ankommt ob ein verstoß gegen verkehrsregeln vorlag sondern auch wie dieser verstoß zur entstehung des unfalls beigetragen hat nach ansicht des bgh müsse die abwägung der verhaltenspflichten der beteiligten und die letztlich zur gefährdung führenden umstände eine zentrale rolle spielen in der urteilsbegründung wurde deutlich dass die richter den grundsatz des mitverschuldens hervorgehoben haben sie argumentierten dass jeder verkehrsteilnehmer sich an die regeln halten müsse um die sicherheit im straßenverkehr zu gewährleisten justizexperten sehen in dieser entscheidung eine wichtige klarstellung die den rechtlichen rahmen für zukünftige verkehrsunfälle präzisiert es wurde darauf hingewiesen dass autofahrer auch bei erkennbaren fehlverhalten von anderen verkehrsteilnehmern stets in der pflicht stehen ihr eigenes fahrverhalten so zu gestalten dass ein unfall vermieden wird ein jurist erklärte dass mit diesem urteil die verantwortung der autofahrer nicht verringert sondern vielmehr deren pflicht zur vorsicht und rücksichtnahme gestärkt werde der bgh habe hier einen klaren maßstab gelegt der darüber entscheidet wie schadensersatz ansprüche in der zukunft behandelt werden auch die versicherungswirtschaft reagierte zügig auf diese entscheidung indem sie ihre kunden über die möglichen finanziellen konsequenzen informierte demnach könnte es künftig zu einer erhöhung der prämien kommen um die gestiegenen risiken zu decken ein branchenvertreter merkte an dass die entscheidung verdeutlichung zur risikoabwägung erfordere und das bewusste fahren in den vordergrund rücken werde zusammenfassend lässt sich festhalten dass das urteil des bgh nicht nur konkrete rechtliche leitlinien zur haftung im straßenverkehr setzt sondern auch für alle verkehrsteilnehmer eine herausfordernde aufforderung darstellt das eigene verhalten kontinuierlich zu reflektieren diese entscheidung könnte weitreichende auswirkungen auf das verhalten der autofahrer und radfahrer haben und auch die verkehrsplanung in städtischen gebieten beeinflussen die entscheidung verdeutlicht dass sicherheitsüberlegungen im straßenverkehr ernst genommen werden müssen und die verantwortung aller beteiligten entscheidend für die vermeidung von unfällen ist so bleibt zu hoffen dass eine bessere einhaltung der verkehrsregeln auch zu einer reduzierung der unfallzahlen führt autor anita farke mittwoch 24 juli 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen